Es geht weiter Aber wohin, also Und in welcher Welt Sind wir überhaupt Also wir sind ja anscheinend in so einem Portal, Riss Wir sind hier irgendwo Ich muss aufhören zur Flucht Entschuldigung Ey, jetzt werden wir wieder gejagt von so einem Viech Oder was Hör doch, auf damit Was ist denn dein Problem Lass Lass es Bin gar nicht da Kannst mich gar nicht sehen Nein, nein, nein Ich bin nicht da I'm nothing Lass mich in Ruhe Er ist einfach ein Leber Jetzt habe ich ein Problem Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr hier reinkommt Ja, jetzt fällt mir alles raus Ich habe kein Inventar mehr Alle Lampen weg Oder was Nimm die Taschenlampe Okay, der nimmt die Taschenlampe nicht Ist mir egal Ich renn weg Ich mache doch schon alles Geh weg Was ist mit Ich habe doch alles gedrückt Alles gleichzeitig Ich bin nicht Jetzt wird der immer heftiger. Wo muss ich denn hin? Wo soll ich denn? Ich glaube, ich bin die Bühne. Ich bin die Bühne als Geruch. Ich werde jetzt ein Loch rein auf dem Weg gelaufen. Okay, hab ich es geschafft. Please. Komm, mach die Typen wieder zu. Ich will doch nur zu diesem Portal und nach Hause und einfach nach Hause. Bitte? Was wäre das eine Option? Please. Lass mich doch wieder zurück. Okay, okay. So, Baby, tritt. Hier drinnen kann uns nichts anhaben, nie, ist klar, wie oft habe ich das schon gedacht? Und am Ende war doch alles anders. So, jetzt gehen wir wieder nach unten. Das hat uns ja schon immer so gut gebracht, so noch tiefer zu gehen in die irgendwelche Katakomben. Okay. Ich versuche mal wirklich sneaky mäßig hier durchzugehen. Ich versuche mal wirklich sneaky mäßig hier durchzugehen. Da hinten müssen wir hin, glaube ich, weil der Kompass da hinten so ausschlägt. Sieht gut aus. Okay. Okay. Was wäre der richtige Weg? Kann ich hier durch? Nein. Wie kann ich mich denn jetzt hier erwischt haben? Wie denn, warum denn, weshalb denn, lass mich bloß, ich war so sneaky unterreden. Also wenn es wirklich, jedes, also, ist, also, ist das jetzt tot? Nicht tot? Was ist denn? Vor allem auch Unfil, die kann sich teleportieren. Also ich würde sagen, jedes Mal, wenn diese Szene kommt, bin ich quasi gestorben. So, lass mich raten, von hier bin ich gekommen, ne? Das ist ja mein Checkpoint, so quasi. Okay, lass dich wieder beruhigen. Da oben. Okay. So, hier vorne war ja keiner, ne? Also hier kommen wir ja durch. Wo ist die Frage? Wo ist sie hier? Wo ist sie hier? Die Frage? Ahja. So, das ist irgendwo, der andere Seite. Oh. Das ist irgendwie an dem.. Hier ist es nicht, ich muss hier irgendwie hoch? Ah, um da oben zu kommen muss ich... Muss ich erstmal runter, oder wie? Das gefällt mir alles nicht. Das ist alles. Und es geht immer tiefer. Hör auf damit. Okay, euch geht es allen nicht so gut, Freunde. Tut mir echt leid für euch. Aber ich muss mal hier durch. Ich bin echt sorry, also wirklich. Wenn ich euch helfen könnte... Kann ich euch helfen? Warte ich jetzt richtig? Was mach ich überhaupt? Okay, ich hab keine Ahnung, ob das... Ob das irgendwas gebracht hat, oder nicht. Ich... Ich bin überfordert. Was war das? Was ist das? Ich bin trapped. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. Wir haben verloren. Unser Sabotage hat die Great Gate verletzt. Und der Welt hat mit ihm verletzt. Ich kann mich natürlich... Ich bin hier... Ich bin, von mir... Ich bin, von mir... Ich bin, von dir... Ich bin, von dir... Es war unsere Aufgabe, um ihre Reine zu Ende zu bringen. Und ich verletze. Ich habe noch Kita's formula. Wenn ein kompanier, stranger, explorer des Ruins findet das, dann nehmen die Vial. Es wird die Räume röntgen in die Vitae und es über die Systeme spüren. Okay, also wir haben jetzt gerade anscheinend diese Dingens, Bummens vorher aufgenommen. Muss ich die jetzt kombinieren miteinander oder was oder wie? Also hier mit... Ah! Ah! Okay, wait. Und jetzt muss ich das... Okay. Ich habe keine Lampe mehr? Why? Okay, ich habe euch... Ich komme hier nicht mehr hoch. Wow! Achso, dafür komme ich aber hier hinten raus. Okay. 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 Halt und seag. Halt und seag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Just hunt on! Amarie! Amarie! Where? No, 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 shit. Not yet. Not yet, please. Please. Little one. Just wait. Please wait for me. I don't think I can do this. No! Ei, 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 ei. Okay. Okay, so schnell sind wir nicht mehr. Weil wir sind... ...hochschwangen. Yeah, maybe it's the village. Da kannst du schon recht haben. Ja. Okay. Unsere Aufgabe ist es... ...diesen Berg zu erklimmen. We're coming to the tower. Do you? The tower. Yeah, tower, tower. I'll try. Hey, die Fresse. Ich will die Gleiter hier hoch steppen. Weg auf. Hold on, little one. Just hold on. Ja, wir gehen jetzt zum Tower. Und bekommen unser Kind. Hoffentlich. Geh weg. Und jetzt hier keine Überraschung mehr. Also, ne? Tower und... ...gib ihm und so. Aber nicht, wie da irgendwie anders will und so. Mother Mary. Naja. Das ist, glaub ich, auch nicht so einfach. Hochschwanger... ...zu... ...treppen und... ...also Leitern hochklettern und so. Also, weiß ich ja nicht. Vor allem die Hitze. Oh. Und die Schmerzen. Na komm, jetzt. Versuch. Noch. Die. Also... Komm. Wir schaffen's. Ja, es... Come on. Ja. Da. So. Okay. Cool. Cool. Wo ist denn hier ein Tower? Da hinten ist ein Tor. Ja, das brauchen wir trotzdem noch ein ganz schönes Stückchen. Wenn man das mal so sagen darf. Also, ist ja jetzt nicht gleich um die Ecke hier. Die Geschichte. Aber warum kommt er uns dann eigentlich auch... Puh. Auch nicht entgegen. Ja. Also... Fruchtblase geplatzt. Hat Wehen ohne Ende. Und soll sich denn noch so... Ja, kommen sie... Kommen sie erst mal zum Toben gelaufen. Weil sie können's ja. Chella ist einfach seinen Arsch mal zu uns bewegen. Und nachher ist er nicht hier, ey. So. Wir sollen zum Turm. Was ist unsere nächste Aufgabe? Kurz gucken. Mhm. Der Turm. Kommen. Nein. Ay! Atmen! Atmen! Du musst atmen! Komm ich hier hin! Durch diese Tür! Komm schon! Jetzt hat bloß ich auch hier durchlaufen können. Naja, ist egal. Du hast es gleich geschafft! Komm schon! Ja, ja! Ich muss, ich, ja, komm! Beilen! Da haben sich irgendwie die Leute aufgehangen. Wir laufen einfach weiter. Fuck! What the shit! Shit! No! Please, Gott! Mother Mary, nicht jetzt! What the hell have I ever done to you! Das war ne Falle! Who's there? Who's there? Help me! Help me please! Please! Komm schon! Ja! Ich bin... Ja! Jasmin! Please! Du, hilf mir doch! Please, get me down! Ja, also... My water's broke, I need a doctor! Ich hab ja keine Angst vor dir, also... Jasmin, bitte! Ja, mach doch! Ich... Ich helfe dir! Ich werde... Wo ist der Doktor? Ich weiß nicht, er sei mir und ich... Ich weiß nicht, er sei mir und ich. Was geschahs mit dir? Was geschahs mit uns? Es hat alles geblasen. Die Tower. Wir waren in der Tower. Sie, hat uns nicht aus dem Dessert zuềnMartin. Ja, dann mach doch auf! Wohin denn jetzt? Also wenn es keinen Doktor mehr gibt und sie ist auch irgendwie verflucht. Bin ich auf mich allein gestellt oder was? Okay, ich bin weg. Tschüss! Ich weiß, ob sie jetzt so schnell laufen könnte. Ich schau mich nicht um. Was ist dein Problem? Hä, ich dachte, der lebt nicht mehr. Er ist doch auch, guck mal, der hat doch auch so ne, so ne, am Arm, der ist doch auch befallen. Trau ihm nicht. Er ist genau so ein Typ dummischer Art. Was? Fokus. Okay, soll ich irgendwas machen? Nimmst du die Pfoten da raus, du? Schwein, du gut. Jetzt Tassie. Hush! 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 Fast geschafft! Hier ist klar, fast geschafft! Alter, in der Schnauze! Sie hat doch die ganze Arbeit gemacht. Er labert doch nur Blödsinn. Sie ist schildert. Sie ist perfekt. Perfekt? Sie wollen Sie uns gehen.